Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Episode von H5P Inhaltsstypen unter der Lupe. Ich bin Oliver und ich führe euch ein bisschen da durch. Wenn ihr eine Einführung in H5P erwartet, die gibt es hier nicht. Heute dreht es sich wirklich nur um einen Inhaltsstyp, heißt Dialog Cards. Wenn ihr eine Einführung in H5P braucht, dann schaut einfach mal auf edunauten.de slash Webinare vorbei. Da gibt es so eine Aufzeichnung von einem 90 Minuten Webinar und da kriegt ihr im Prinzip die Basics mit, wie das geht. Also heute geht es um Dialog Cards und damit das nicht so abstrakt ist, zeige ich euch einfach, wie das Ganze aussieht bei H5P. Und dafür gucken wir uns das einfach mal an. Ich zeige euch zwei Beispiele. Das erste, das nehme ich direkt von H5P.org. Das ist eben die Seite, wo man H5P findet. Und wenn man da auf Exemplos und Downloads klickt, dann geht diese Seite mit den vielen Beispielen auf, die werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Und da gibt es auch relativ weit oben diese Dialog Cards. Und wenn man da draufklickt, kriegt man so ein Standardbeispiel, wo man sieht, was man machen kann. Also wir sehen hier zum Beispiel eine Karte, letztlich wie eine Dateikarte, die man beschriften kann. Und wo man auch die Rückseite beschriften kann. Das ist ja so ein Klassiker beim Vokabellernen, dass auf der Vorderseite zum Beispiel der deutsche Begriff steht und auf der Rückseite der englische. Und dann muss ich das umdrehen. Das funktioniert auch auf Papier wunderbar. Schwierig wird es dann schon vielleicht bei den Bildern, die ihr hier seht, also die Blaubeeren. Die kriegt man, muss man schon sehr gut auf so eine Karte malen und muss es drucken, dann wird es teuer. Und was dann gar nicht mehr geht, ist spätestens das hier. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drauf drücke, dann hört ihr was. Arandanosa Foles. Ich glaube, das ist Spanisch. Ah, da steht es oben. Es ist Spanisch. Und dann müsste ich überlegen, was könnte dann das jetzt sein? Und in dem Fall würde ich die Karte einfach umdrehen. Aha, dann sehe ich das Blueberries. Und dann kann ich weiter. Man kann ich nochmal zurück umdrehen, wenn ich es nochmal anhören möchte, vielleicht. Arandanosa Foles. So. Und dann gehe ich weiter. Das heißt, ihr merkt schon, da ist jetzt nichts mit automatischer Abfrage oder sowas, dass jetzt keiner, der einem sagt, ob das richtig war, das muss man in dem Fall hier selber entscheiden. Und Frambuesas. Frambuesas. Ja, waren da dran. Sind dann halt diese Beeren. Genau. Und so geht das weiter. In dem Fall sind es einfach fünf Karten hintereinander. Wenn man am Ende ist, dann ist man auch durch. Dann kann man hier nochmal umdrehen und man kann auch von vorne anfangen. Simples Beispiel. Zweites Beispiel. Dafür gehe ich auf eine andere Plattform. Wenn man da nicht was Schönes zeigen kann. Allerdings muss man da bei Hafenspiel eine Sache mal extra einstellen. Das geht hier tatsächlich nicht. Also, zweite Seite. Da kommt ja nichts einfach drauf. Das ist ein Blog von mir. Das ist jetzt, verläuft im WordPress. Und da habe ich jetzt mal ein zweites Beispiel erstellt. Ihr seht schon, sieht ein bisschen anders aus. Aber das kann man auch mit dem Normal machen. Da steht dann noch ein bisschen Text darüber, was man machen soll. Also, in dem Fall soll man sich das Foto angucken. Wenn man einen Tipp braucht, soll man sich vielleicht anhören, wie das heißt auf Englisch. Elephant. Okay. Und jetzt kann ich mir überlegen, weiß ich denn, wie Elephant auf Englisch geschrieben wird. Und ihr seht schon, hier sind schon so Sachen ausgegraut. Die waren vorher nicht da. Und jetzt kann ich das umdrehen. So, und jetzt muss ich tatsächlich nochmal, muss ich mir entscheiden, war das richtig oder war das falsch. Und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal mit diesen ganzen zehn Karten. Also, wir haben ja Elephant. Ich muss mal erstens sagen, Elephant. Sehr einfach. Ist ja nur F durch PA ausgetauscht. Hatte ich richtig. Dann geht das weiter, genau wie bei dem anderen. Aber ich habe jetzt, da sehe ich jetzt schon zwei Sachen, die noch anders sind. Hier unten steht schon verbleibende Karten. Offensichtlich gibt es zehn. Einen habe ich abgehakt. Es ist noch neun übrig. Und hier steht was von Runde 1. Und wir nehmen einfach mal, wir machen einfach mal so wahllos ein paar richtig und ein paar falsch. So, denn was man hier machen kann, das ist letztlich das Leitner-System. Oder ein verwandtes System, wer das kennt. Das funktioniert einfach so, dass die Sachen, die ich richtig beantwortet habe, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit in den nächsten Runden auftauchen, als die, die ich falsch beantwortet habe. Jetzt habe ich zehn durch. Ich habe jetzt wahllos mal geklickt. Ich klicke auf Weiter. Und jetzt bekomme ich hier die Auswertung. Und offensichtlich waren acht richtige Karten. Acht habe ich bestätigt, habe ich richtig gehabt. Bei zwei habe ich gesagt, das war falsch. So, Abbeschlussrunde 1. Und jetzt gehe ich weiter in Runde 2. Und jetzt seht ihr schon, hier unten steht jetzt nur verbleibende Karten 6. Weil ich ja offensichtlich acht richtig hatte. Und davon nimmt jetzt nur noch zufällig die Hälfte. Wenn ich richtig im Kopf habe, genau in der Algebra, weiß ich nicht mehr. Aber jetzt bekomme ich halt auf jeden Fall die, die ich falsch hatte. Und ein paar von denen, die ich richtig hatte. Und jetzt mache ich das halt so lange, bis ich alle Karten dreimal hintereinander richtig hatte. In dem Fall habe ich das so eingestellt. Und dann wäre ich durch. Und jetzt ist natürlich die Idee nicht, dass ich das am Stück mache. Das bringt gar nichts. Sondern, dass man sich vielleicht einmal diesen virtuellen Kasten von Karten nimmt. Den gehe ich einmal durch. Und dann habe ich Sachen richtig gehabt, die habe ich falsch gehabt. Das war meine Runde 1. Dann stelle ich den weg. Und vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später nehme ich mir den Kasten wieder vor. Und jetzt bekomme ich halt nur automatisch nur die, die ich schlechter kann. Und wiederhole die letztlich dadurch. Und dann stelle ich ihn wieder zwei Tage weg. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man das auf einem normalen System hat. Weil der Fortschritt ja weg ist. Also ich kann es nur noch zeigen, was man jetzt hier machen kann. Also ich bin ja jetzt in Runde 2. Und sagen wir mal, ich höre einfach mittendrin auf, weil ich sage, es ist einfach zu viel. So, wir gucken uns an. Schildkröte, Runde 2 und verbleibende Karten. Und jetzt drücke ich einfach mal auf F5. Und bei einem anderen System wäre ich jetzt wieder direkt am Anfang in Runde 1 oder mit einem anderen System immer wieder am Start. Und ihr seht, offensichtlich hat er sich das alles gemerkt. Runde 2, verbleibende Karten 4 und die Schildkröte. Das heißt, man kann einfach seinen Rechner auch ausmachen. Man kommt irgendwie Tag später wieder und man kann da weitermachen, wo man aufgehört hat. Das kann das eben auch. Und das wollen wir jetzt einfach nachbauen. Das zeige ich euch. So ist es wirklich nicht kompliziert heute. Also das Erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen ein System, wo wir das erstellen können. Und das zeige ich mal ganz gerne auf dieser Seite hier. Man könnte es auch anders machen. So, dann sehen wir es nebeneinander. Auf einstiegh5p.de. Das ist eine Seite von Nele Hirsch. Die ist sehr schön, wenn man, die ist tatsächlich dafür gedacht, dass man H5P-Inhalte anlegen kann, ohne dass man sich da einloggen muss. Das ist alles auf Deutsch. Für die Leute, die mit Englisch nicht so ganz klar kommen, ist das eine feine Sache. Und man muss eigentlich nicht mehr tun, als auf Testinhalt der Stellen klicken. Und dann geht das los. So, und wir brauchen natürlich die Dialog Cards. Die muss man immer suchen. Da muss man nur die ersten paar Buchstabe eingeben. Oder die Cards hätte auch gereicht. So, dann klickt man da drauf. Ups, da wollte ich es nicht. Ich wollte es ein bisschen größer machen, damit ihr das noch besser seht. So, das habe ich sonst immer. So, und jetzt im Prinzip, H5P bietet immer so ein Formular, das man von oben noch unten abhakt. Und am Ende hat man dann sein Inhaltsstück fertig. Und jetzt kann ich es natürlich ein bisschen einfacher machen, weil ich einfach Sachen kopieren kann, die ich brauche. Also offensichtlich brauche ich einen Titel. Und der steht hier oben. Den kopiere ich mir einfach raus. Den kopieren wir da rein. So, was auch immer gut ist, das seht ihr auch. Vielleicht mache ich das direkt einmal hier. Bei H5P kann man immer Metadaten hinterlegen. Das heißt, wenn man, ich zeige euch das einfach mal auf der linken Seite. Hier unten gibt es einen Knopf, der heißt Rights of Use. Oder ich glaube, wenn das Deutsch ist, dann heißt das Nutzungsbedingungen oder sowas in der Art. Und wenn man da drauf klickt, bekommt man immer eine Übersicht über die ganzen Inhalte mit den ganzen Metadaten. Welche Lizenz dahinter steht, wer der Auto ist, welches Jahr das ist. Bei einigen auch direkt die Vorschau, wie bei den Bildern. Und wenn man im Bereich OER unterwegs ist, ist das natürlich super. Wenn man das gleich weiß, dann kann ich aber durchscrollen und sehe, aha, aha, aha. Alles frei lizenziert und ich weiß gleich, was ich damit machen kann. Das ist eine sehr feine Sache. So. Also, was brauchen wir? Achso, ich war bei Metadaten, Entschuldigung. Also, Metadaten muss man natürlich pflegen. Das ist ein Nachteil, aber ich mache das ja mal exemplarisch hier einfach für den Inhaltstyp selber. Den Titel habe ich ja gerade schon eingetragen, er hat er übernommen. Und ich sage mal, der soll unter CC0 erscheinen. Ich bin Oliver Tacke. Und von mir aus trage ich noch das Jahr ein, 2020, und sage, okay, das soll das mal reichen. Speichere das Ganze und später kann man das halt direkt über diesen Linkdaten aufrufen. Da steht alles mit drin. So, dann gibt es hier noch einen Extra-Titel, den lasse ich einfach leer. Das wäre nochmal eine Extra-Überschrift, aber es ist eigentlich einfacher, wenn man das direkt alles in die Aufgabenbeschreibung reinfügt. Also, wir nehmen mal dieses hier, Engelisch-Tier-Namen, kopieren das hier raus, kopieren das in die Aufgabenbeschreibung rein. Haben wir das auch schon erledigt. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Bilder. Achso, und das habe ich euch nicht gezeigt. Natürlich auch den Ton hier. Turtle. Da ist natürlich auch eine Tondatei hinter. Die habe ich auch mit hinterlegt. Muss man nicht, aber kann man machen. So, dann gehen wir das einfach mal durch. Man scrollt ein bisschen weiter. Und dann sieht man, okay, ich brauche eine Vorderseite. Und ich brauche eine Rückseite für so eine Karte, damit man die drehen kann. Nachteil, die tatsächlich bei Haft und Fail ist, muss immer auf beiden Seiten was stehen. Manchmal immer so ein Fall, da will man das nicht. Da muss man leider mit leben, dass das nicht geht. Da habe ich noch keinen Weg gefunden. Also, man könnte wahrscheinlich irgendwie tricksen, aber ist dann ein bisschen umständlich. Also, Vorderseite, wir fangen einfach mal mit der Schildkröte an. Tippe ich das nicht zehnmal ein. Ich mache das jetzt einmal exemplarisch. Also, Schildkröte. Und auf der Rückseite soll dann Turtle stehen. Und wenn ich was umdrehe, seht ihr gleich noch, da passiert noch Besonderes, dieses I. Um das müssen wir uns gleich noch kümmern. So, aber wir gehen jetzt das mal einfach weiter durch. Also, wir brauchen noch ein Bild. Das muss man hinzufügen. Da klickt man drauf. Und dann sucht man sich einfach das Bild. Und in dem Fall habe ich immer das unter Bilder, OEC und Webinar. Und jetzt möchte ich die Schildkröte, hier ist das Bild, Sea Turtle. So, das nehmen wir. Laden wir hoch. Dann da das. Das, was man immer machen sollte, was hier auch tatsächlich noch beschrieben ist, das ist eben ein alternativer Text, um das zu beschreiben. Also, in dem Fall ist es keine Gefahr, weil ich kann jetzt einfach schreiben, da ist eine Schildkröte drauf, weil ich einen englischen Begriff suche. Also, sagen wir einfach mal Meeres-Schildkröte. So, dann haben wir das auch. Dann eine Audio-Datei, die braucht man halt auch. Wer Dictation gesehen hat, da kann man das schon einsprechen. Hier muss man die immer noch hochladen. Ist hier ein bisschen verholt, weil es jetzt sehr gequetscht ist, das Bild. Aber genau wie bei dem Bild sucht man sich das raus. Und ich hätte gerne Turtle. So. Und man sieht, man kann jetzt auch hier wieder die Metadaten einpflegen, heißt hier oberrecht bearbeiten, aber da kann man dann die ganzen Sachen eintragen, die ihr links schon gesehen habt. So, dann, was wir hier in dem Fall noch brauchen, nur auf dieser Karte, das habe ich hier nochmal versteckt. Hier ist dieses kleine i. Noch einfach so ein Tipp anzeigen. Man könnte auch die Beschriftung hier noch ändern. Irgendwie so extra Hinweis oder wie auch immer man das nennen möchte. Da habe ich nämlich einen versteckt. Nämlich jetzt hier gibt es ja auch Turtles. Und das ist aber speziell eine Landschildkröte. Das heißt, in dem Fall wäre das vielleicht verkehrt gewesen. Und ich kann es hier nicht rauskopieren. Aber man muss sehr schnell sein. Da müssen wir uns hier mal einzippen. Also wir gehen hier auf Tipps. Und der ist hier auf der Rückseite. Und wir schreiben jetzt einfach mal hier kurz. Nicht Turtles. So. Dann war jetzt auch ein Tipp eingefügt. Und mehr ist das im Prinzip nicht. Das habe ich jetzt natürlich nur einmal gemacht. Jetzt müsste ich alle Karten anlegen. Das dauert jetzt sehr lange. Da springe ich gleich auf die linke Seite und zeige euch das da nochmal. Was wir jetzt erstmal machen können, wir gucken uns das erstmal an, was wir bis jetzt gemacht haben. Ist nur eine Karte, aber ist okay. So, die haben wir angelegt. Und ihr seht schon, passt jetzt vom Platz her nicht so ganz, weil es auf rechts alles ein bisschen größer geschaltet ist. Aber es ist genau das Gleiche. Schildkröte. Turtle. Es sagt auch Turtle, wenn man es nicht sagen hört. Dann drehen wir es um. Und genau wie da. Also ein bisschen größer. Hier ist unser Hinweis. Hier ist halt nicht genau das Gleiche drin. Aber so im Prinzip funktioniert das. Und ihr merkt, hm, ist noch nicht ganz das Gleiche. Wir haben ja diesen anderen Modus, wo man nur durchschalten kann und gar nicht mit diesem Leitner-System wiederholen. Müssen wir also noch ein bisschen was tun. Das können wir nochmal schnell machen. Gehen wir also nochmal rein. So, wir gucken mal, wo wir das machen. Wir gehen erstmal runter. Es gibt ja immer, das wir uns vielleicht zuerst vermuten, diese Verhaltenseinstellungen. So heißt das bei H5P. Aber wenn wir da reingucken, ist da nicht drin. Also hier könnte man diesen Wiederholen-Knopf anzeigen. Wenn man ganz am Ende angekommen ist. Man kann ihn auch weglassen. Ich könnte jetzt sagen, Rückwärtsnavigation deaktivieren. Dann kann man halt nur vorwärts blättern und nicht wieder zurück. Suchen wir aber auch nicht. Man kann hier noch so eine Einstellung machen. Wenn der Text, wenn der sehr viel Text ist, ob der Text skaliert werden soll oder nicht. Und ich könnte auch sagen, okay, die Karten sollen nicht immer in der gleichen Reihenfolge angezeigt werden, sondern gemischt werden. Aber es ist nicht das, was wir suchen. Das könnte man noch einstellen. Dieser andere Modus versteckt sich hier oben. Der heißt normal der Reihe nach. Und das ist der andere. Und wenn man sucht, nicht gewusste Karten wiederholen. So heißt der. Denn offensichtlich hat jemand das so auf Deutsch übersetzt. Dann klickt man da drauf. Und wenn wir jetzt speichern, hätten wir quasi den Modus auf der anderen Seite. Und was wir jetzt auch haben, was hier jetzt, oh, so weit geräuscht gar nicht. Auch die Einstellungen ändern sich dann hier unten. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber es ist halt so. Jetzt kann man hier noch eingeben, wie oft muss denn eine Karte hintereinander richtig beantwortet sein, damit das als geschafft gilt. Und ich hatte da drei eingetragen. Das ist ein kreisliches Minimum, was man haben kann. Das kann man machen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Den hatten, sagen wir mal, den hatte ich richtig. Was hier eingestellt ist, genau. Also manchmal kommt hier irgendwie eine Karte sehr oft, gerade wenn man sagt, die muss fünfmal hintereinander richtig sein. Irgendwie weiß man das. Dann will die nicht immer umdrehen. Hier komme ich nicht weiter. Die muss ich immer erst umdrehen, bevor ich sagen kann, ja, hatte ich richtig. Und ja, das ist falsch. Man kann als Lehrerin aber sagen, okay, ich glaube dir mal, dass du das alles vernünftig machst. Dann kann man noch sagen, schnell Antwort erlauben. Und dann kann man sofort auf richtig oder falsch klicken. So, das kann man dann im Prinzip machen. Und jetzt erst mal den Modus geändert. Mit einer Karte ist das natürlich ein bisschen witzlos. Aber wenn ich jetzt runterscrolle, seht ihr, okay, jetzt habe ich auch hier die Knöpfe. Und ich könnte jetzt hier sofort sagen, ich hatte es richtig, ich hatte es falsch. Es gibt natürlich mit einer Karte nicht so viel Sinn. Jetzt könnt ihr das mal sehen. So, die hatte ich richtig. Weiter mit Runde zwei. Die Regel ist, ich muss die drei miteinander richtig haben. So, eine Karte, zweite Mal. Oh, das heißt dann sogar, drei heißt offensichtlich zweimal richtig. Okay. So, also, zwei miteinander richtig. Und zack, ich bin fertig. Jetzt muss ich das Ganze wiederholen. Können wir uns auf der linken Seite nochmal angucken. Wir können da noch mit den Einstellungen nochmal ein bisschen spielen. Dann machen wir das nochmal groß. Einmal so. Und vielleicht auch hier noch ein bisschen größer. So. Wir können ja hier nochmal reingucken, damit man nochmal sieht, was ich meinte. Wenn wir das jetzt dann noch ein bisschen anpassen wollen. Da haben wir alle zehn Karten. Dann scrolle ich hier runter. Wir sind in diesem Modus nicht gewusst, muss die Karten wiederholen. Da haben wir tatsächlich zehn verschiedene Karten. und wir könnten hier zum Beispiel das auch nochmal einschalten. Wir könnten jetzt hier sagen, diese schnelle Antworten erlauben. Also, man kann hier nicht so viel einstellen bei den ganzen Sachen. Aber es geht ja um das Wiederholungsmodus. Der ist das Wichtige. So, dann bekomme ich in dem Fall, da kann ich gleich in den Fragen noch erklären, was das ist, wenn das wichtig ist. Da sagt er mir, ich habe den Inhalt verändert, ich muss jetzt von vorne anfangen, weil ich halt die Einstellung geändert habe. So, und ich bin jetzt wieder genau in meinem, jetzt mache ich vielleicht doch ein bisschen kleiner. So, jetzt habe ich hier wieder meine Karten, meine zehn Karten. Jetzt kann ich aber hier gleich wirklich sagen, so richtig, 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 falsch, richtig, falsch, und auch nochmal verberichtige. So, jetzt kommt man wieder zu der Auswertung und so geht das halt. Wenn ich jetzt halt, was ich sagte, hier ist das wichtig, dass man eine Option aktiviert in H5P, damit das passiert, jetzt, wenn ich F5 drücke, dann zeigt er mir wieder die Auswertung, was ich da aufgehört habe. Also, ich könnte jetzt, jetzt habe ich meine zwei Runden gemacht, jetzt mache ich vielleicht zwei Tage Pause und danach komme ich einfach zurück, mache das wieder auf und kann da weitermachen, wo ich aufgehört habe. So, im Prinzip, das war es auch schon für Dialog Cards. Wie gesagt, wichtige Sache ist, man muss diese Einstellung Save Content State oder, ich glaube, im Deutschen heißt es Fortsetzen erlauben. Die muss man einfach im H5P-System einmal aktivieren, damit sowas funktioniert. Aber dann kann man eben dieses schöne System mit diesem Wiederholungsmodus, wo man immer die Sachen häufiger bekommt, die man falsch hatte, kann man dann ganz wunderbar nutzen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei dann schon Episode 9 von Hafenspiel Inhaltszüge und der Lube. Bis dann!